Hallo zurück, liebe Freunde! Herzlich willkommen zu Anno 1800! Jawoll! Ah, welch ein wunderschöner, eindeutig zu warmer Nachmittag. Aber das hält uns nicht davon ab, etwas zu zocken, nicht wahr? So nämlich. Das ist sehr gelb. Bestimmt die Richtung. Okay, wir haben immer noch sehr wenig Bilanz. Leider? Was, wenn ich zutiefst voreingenommen wäre? Ja, dann leck mich doch. So nämlich. Hier unten hatten wir angefangen, einen Kontor zu bauen. Und hier haben wir Salpeter. Aber wir brauchten Quarz, oder? Mal eben. Wir brauchten Quarz, jawohl. Aber wir bauen hier Hopfen. Leckeren Hopfen. Äh, wie funktioniert denn das? Ähm. Weißt du, was? Knaller dich mal hier hin. Die Felder bestellen sich nicht von alleine. Oh, geht der, okay. Ah, warte, warte. Da. Einen links, einen rechts und dann geht das gerade runter. Ah, das Kriechen. Das kriege ich hin. Pass mal auf. Wir brauchen hier noch Leute, ne? Ich baue mal eben hier so einen Marktplatz. Ungefähr hier. Dann ziehen wir... Naja, nee, so. Dann ziehen wir hier nochmal eben eine Straße drum. Toll, danke. So, so. Der kann wieder weg. So. Jetzt brauchen wir Bauernhäuschen. Jetzt ist die Ferragie. Also hier unten wollte ich dann sehr gerne Richtung Hafen. Einfach hier nur so ein paar Hopfenfelder machen. Allerdings wird das vielleicht ein bisschen schwierig. Oha, wir brauchen auch noch hier so einen Okulypen. Scheiße. Scheiße, scheiße. Äh, mach dich mal, mach dich mal, mach dich mal. Mach dich mal da hin. Den Säge-Heini da auch noch eben rein. So, dann ziehen wir da eine Straße rein. Äh, hier ziehen wir eine Straße drumherum. Lagerhaus. Zehn Bretter habe ich nicht. Ka-ah, okay. Du machst jetzt erstmal Pause. Ähm... Was mache ich mit dir? Komme ich hier dran vorbei mit einer Straße? Nein. Na gut, so könnte man es bauen. Und dann so vielleicht. Ich brauche auf jeden Fall noch ein Schiffchen, was hier jetzt immer hin und her tuckern wird. Ah, das ist... Äh. Eine Fregatte. Fregatte ist natürlich auch geil, aber... Hm. Ich baue mir hier nochmal eben so einen Schoner. Der muss erstmal reichen, glaube ich. So. Eieiei. Die Bilanz geht den Arsch. Scheiße. Klär das. Sie brauchen dringend ein Lagerhaus. No. Das stimmt vielleicht. Machen wir das so. Ich wollte hier ja eins hinbauen. Dachte ich zumindest. So, warte, wie waren das hier eins an jeder Seite frei. So. Müssen wir mal gucken, wie wir das mit der Straße machen. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, Lagerhaus in Reichweite wäre gut. Ja, er baut auch. Er baut, er baut, er baut. Das ist in Ordnung. Gleich habt ihr ein Lagerhaus. Haltet durch. Hm? Wo ist... Wo... Wo... Wo ist mein Brett hin? Hauf mit dem Scheiß. What? Was? Was stimmt denn mit dir nicht? Hier, da ging doch jetzt ein Holzbrett raus. Wo ist das hin? Oh, sag nicht. Ich kann das... Oh. Kann das wohl sein, dass ich gerade für Laub produziere? Moin. Ich hatte doch auch nochmal hier so einen anderen Onkel, ne? Da. So, jetzt pass mal auf. Nee, 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 nee. So ja nun nicht. Äh... Das wollte ich machen. 30 Bretter. Und damit fährst du mal eben dann. Schnell, bitte. Wo ist er? Da. Finde ich gut. Fahr da mal hin. So, dann haben die nämlich 30 Bretter. Und dann baue ich denen nämlich noch ein Lagerhaus. Und das ist gut. So nämlich. Was braucht das hier denn? Oh, ganz normale Arbeiter. Ah, Furk. Schiff vom Stapel gelaufen. Das finde ich sehr gut. Wir helfen, wo wir können. Tölpel. Ja, das passt. Tölpel darf der heißen. Das finde ich gut. Äh, pass auf. Pass auf, pass auf, pass auf. Handelsroutenmenü. Ja. Eine neue Route. Von hier lädst du Hopfen ein. Und fährst dann nach Bentheim. Hopfen wird geladen. Hopfen wird entladen. Und fertig ist die Laube. Macht gut, ne? Tschüss. So. Pass auf, das klappt gleich. Wo ist der Kanonenonkel? Bist du immer noch on Tour? Alter. Das dauert aber lange hier, du. Äh, naja gut. Kannst, kannst du machen nix manchmal, ne? Ich hab meine Familie bei mir. Was will man mehr? Keine Ahnung, was du mehr willst. Ist mir auch egal. Sie ist klein, aber oho. Sie ist klein, aber oho. Was ist das? Ein Feuer ist ausgebrochen. Nö, mach nicht diesen. Aber hier, die Jungs, die klären das. Kann doch mal mobilisieren. So, dann gehen da zwei Leute raus. Das passt. Äh, warte mal. Was braucht denn hier so ein Handwerker, um happy zu sein? Ich bin unfehlendet. Na ja, gut. Boah, diese laute Musik. Alter. Mach dich weg. So. Ziele in Sicht? Ja. Mach das da mal hin. So. Mission nämlich. Okay, dann könnt ihr Häuser bauen. Und hier könnte man eigentlich auch nochmal fischen lassen. Hand drauf. Wo drauf? Genau. Wecken Sie mich, wenn's weitergeht. Alles klar, mach ich. So, da kommen noch Häuser dran. Die Flammen wurden gelöscht. Wurde auch Zeit. Wart mal. Wurde auch Zeit. Die müssen nicht allzu happy sein, tatsächlich. Das reicht, wenn die, äh... Wenn die so ein bisschen happy sind. Und hier machen wir alleine... Alleine ein paar Bauern. So. Ich dachte schon, ich muss ins Armenhaus. Ne, ne, musst du gar nicht. Alles gut. Brauche ich hier eine Feuerwache hin? Ja, muss ich bald, ne? Scheiße. Scheiße, 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 Scheiße. Bauen wir da hin. Klappt schon irgendwie. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Da kommen noch Jungs hin. Müssten eigentlich auch noch ein... Radius sein, wenn man hier eine Straße zieht. Von dat Feuerwache. Ja, das klappt. Das klappt, das klappt. Da bin ich zuversichtlich. Hör mal. Hier kann man auch noch hier. Mäuschen, Mäuschen. Es geht schon. Neue Errungenschaft. Stadtplaner. Yay. Porlet. Nee, Porlet heißt das Ding nicht. Das hier wird, äh, Schüthorff. Mhm. Man kennt es. Echt? So, ein bisschen Propaganda. Sie alle Redelsführer vors Standgericht bringen. Ach so, der meint... Ich... Das wäre toll, dass ich Propaganda einsetze. Ja, okay. Sie ist klein, aber oho. Propaganda ist immer gut. Äh... Kanonenboot kann da ja hin. Fährt denn Tölpel schon? Ah, Tölpel fährt auch schon. Ja, alles klar. Cool. Schade, dass das Lagerhaus nicht in Reichweite ist hier. Das ist echt schade, Mann. Ach, ärgerlich. Denk mal, hier kriege ich auf jeden Fall noch einen hin. Das heißt, ich baue den hier so ein bisschen... Oh, da... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Dorf freigeschaltet, wa? Alles klar, Mann. Läuft bei mir. Mach nochmal zwei Bretter klar jetzt. Das muss hier halt auch nicht schnell gehen. Das ist das Schöne an der Geschichte. Herrlich. Ja. Ihr fällt, ihr weiß ich. Klappt schon. Wunderbar. Die Feuerwache ist an Start. 100 Prozent. Jo. Da kommt das Brettsche. Zack. Jetzt können die ihr... Hier, guck mal. Natur. Oh. 100 Landwirtschaft. Weiß ich nicht. Äh? Damit hab ich nichts zu tun. Ganz ehrlich. Da mach mich mal bitte nicht für verantwortlich. Ich... Kack nirgendwo auf der... Straße. So. So. Ich weiß nicht, ob das zu viel ist. Wir haben auch jetzt tatsächlich eine ganz miese Bilanz. Ich hoffe einfach mal, dass das hinhaut. Hier ziehe ich jetzt die... Produktion hoch hierfür. Äh... Die brauchen das hier. Okay. Das krieg ich hin. Warte. Das krieg ich hin. Das krieg ich hin. Okay. Irgendwie schaffen wir das. Glaub mir. Attraktivität. Die Menschen lassen sie hochleben. Das find ich gut. Wie? Wie? Da jetzt eine Reihe? Nee, ne? Komisch. Frag mich nicht. Ich kenn das... Ich kenn das auch nicht. So. Hier brauchen wir auch wieder 75 von den ollen Handwerkers. Klär das. Ähm... Hopfen, genau. Hopfen müsste dann hoffentlich bald mal ankommen. Hopfen müsste doch hoffentlich bald mal ankommen. So. Du baust Hopfen. Mhm. Mhm. Ein Hopfen nur. Crazy. Alles klar. Dann ist das jetzt so. Wo ist denn meine Bilanz auf einmal? Hin und weg. Attraktivität. Zufriedenheit. Zusatzeinkommen. Mehr Besucher. Okay. 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 Das hält also nicht ewig an. Kein Platz mehr frei. Alles voll. Okay. Check. Das Kanonenschiffchen kann da noch mal hin. Mein Leben ist mein Gefängnis. Der will auch sein für ein Zeug. Oh kacke. Wir sind pleite. Ich glaube, ich habe zu früh angefangen. Uiuiuiuiui. Entschuldigung. Wie kriegen wir denn jetzt Leute? Wie kriegen wir denn jetzt Leute? Achso. Geld oder was? Keine Sorge, Jungs. Das klappt gleich. Tapfer bleiben. So. Ah, die sind auch ganz knapp noch mit der Feuerwehr abgedeckt. Das bedeutet uns viel. Okay. Super. Dazu sind wir doch hier. Lass ich dir aufsteigen oder nicht? So gerne. Alles was ich je will. Zwischenfallrisiko. Na, dann hoffen wir mal, dass das hier keinen Zwischenfall gibt, wa? Hm. Lame Ente. Kutschierst du jetzt die ganze Zeit Zeugchen und her? Und verkaufst das nicht? Ja, ich mich auch. Es gibt keine Nachfrage nach Waren. Ach, du Kacke. Ja, alles klar. Dann weiß ich ja ungefähr, woran es liegt, ne? Hm. Wollen wir das vielleicht so machen, dass du mal aufhörst damit? Koordinaten gesetzt. Dann laden wir den ganzen Bums hier wieder rein. Brot und Seife. Hey, cool. Die haben sogar schon... Die haben ja sogar schon Hopfen geliefert. Geil. Das finde ich gut. Das finde ich sehr, sehr schön. So, die Jungs kriegen wir auch an den Start. Nähmaschinen. Pelzmäntel. Oh, nö. Rum. Oh, nö. Neue Befehle? Ja. Ich fuhre das mal zurück ins Lagerhaus, bitte. Danke. Ähm, ja. Ziele in Sicht? Weiß ich noch nicht. Hier wird wohl keine Insel mehr sein, oder? Koordinaten gesetzt. Genau. Fahr mal da oben in die Ecke. Das passt mir, glaube ich, besser. Es ist nicht einfach, frei zu sein. Wir alle hier sind Suchende. Okay. Unterhalb 3000. Aber irgendwoher kommt dieses Karnevals-Boni noch. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Der Hopfen kommt. Gut. Sauber. Okay, der fährt dann auch direkt weiter. Gut. Hier bauen wir die Häuschen zu Ende. So. Hoppala. Ja, geil. Jetzt nimmt der ganze Apparat hier doch Fahrt auf, oder? Oder? Auf jedem Welt wächst auch ein bisschen Unkraut. Kann derzeit kein Zwischenfall beginnen. Ich bin erfüllt von Dankbarkeit. Das finde ich super. So. Wie bekomme ich jetzt Quarz? Hör mal. Echt? Das hier eine Insel? Nee, oder? Ah, hier. Salpeter, Jagd und Hopfen. Ist auch geil, ne? Selbst das größte Kunstwerk kann nicht mehr sein... Ja, 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 pscht. Sag das nicht so. Klein, aber oho. Hm. Und dann schicken wir den noch mal auf große Fahrt da hinten hin. In der Hoffnung, dass das auch noch funktioniert. Ah, sie wollen sich mal in die Rie... Stahlwerke, oder? Dauer noch 33 Minuten. Fisch nimmt ab, wa? Ja. Fisch nimmt ab, wa? Könnt ihr so machen, von mir aus? Was bringt das denn, wenn ich das hier ausbaue eigentlich? Bringt das denn überhaupt was? Ach, hör auf. Hier ist echt Karneval. Wie geil ist das denn? Crazy. Cool. Ja, alles klar. Was ist das denn jetzt? Zack. Ausgebaut. Hier wird nicht gemeckert. Eine neue Insel wurde in der Kaie gepinnt. Wat is it? Wat is it und wat kann it? Hier gibt's auch kein Quarz. Verarscht ihr mich? Die will ich auch noch erkunden. Komm, bitte. Okay. Okay. Ich hoffe, die Alde knallt mir hier nicht aus dem Leben. Viscount Guffington Hawkmouth wurde auf seinem eigenen Grund aus dem Hinterhalt angeschossen. Das zeigt, wie verwundbar Ihre Majestät in diesen schweren Tagen ist. Okay. So, Archipal verkauft dieses Schiff. Und alles mit dem Siegel der Königin. Eine Fregatte. Das hier ist doch nur so ein Riesen-Klepper, oder? Ja. Alles im Namen Ihrer Majestät. Und das ist eine Fregatte. Okay. Kriegen wir hin, du. Kriegen wir hin. Kein Ding. So, was war das hier jetzt? Ich werde beklopft. Was soll ich mit Zement? Sie ist klein, aber oh. Ja. Bitte fahre nicht unten lang. Okay, gut. Danke. Das klingt doch schon mal gut. Städtischer Karneval. Das rettet mir ein bisschen den Arsch. Aber hey. Eine Expedition. Es ist kein Regen, solange dein Kopf nicht davon blutet. Mögliche Belohnung. Jagdglück. Kein böses Erwachen in Sicht. Mach das mal. Finde ich gut. Das finde ich sehr, sehr gut. Expedition gefällt mir. Hier müssen wir aber jetzt auch irgendwie noch klarkommen, oder? Ach, guck mal. Hier gibt es ein anderes Park. Oh, hier gibt es noch einen ganz anderen Park. Wie schön. Wie schön ist das denn, bitte? Ja, so ein Rathaus hätte ich gerne, aber mir fehlen dann natürlich fünf, äh... Fünf Glas. Also fünf Fenster. Shit. Was hast du? Ernte Dankfest hast du. Okay, alles klar. Ich sehe direkt ins Auge des Heraufziehenden. Ja, der erklärt das. Da bin ich... Da bin ich fest von überzeugt. Vielleicht bauen wir auch mal eine Fregatte? Also Kanonen hätten wir ja, ne? Oder? Kanonen haben wir. Segel haben wir auch. Glas fehlt leider. Quarzsand. Du kommst gut zurecht, oder? 100 Prozent. Hopfen ist auch an Start. Wie lange brauchst du denn, um so ein Ding hier fertig zu machen? Verarbeitungszeit, eine Minute. Da kommen vier Malz raus. Der braucht 30 Sekunden. Waffenruhe wurde beendet. Das finde ich okay. Damit kann ich leben. Ah, er hat jetzt seinen Fisch hier eingesammelt. Ah, alles klar. Okay. Cool. Jetzt verstehe ich. Ach ja, genau. Die Hafenmeisterei. Dann könnte man ja nochmal eben hier... Hafenmeisterei. Ist das egal oder geht das... ...vollfit? Produktivität. Produktivität. Beeinflusst Fischereien und Perlenfarmen. Ich hoffe auf der ganzen Map und nicht hier im Umkreis. Oh Gott. Das kostet zweieinhalb Tausend, wenn ich das über die halbe Map versetze. Scheiße. Das mache ich erst nochmal nicht. Doch, das mache ich. Weil dann kann ich prüfen, ob das in dem Radius ist oder nicht. Kostet dann jetzt halt mal eben scheiß Geld. Ja. Aber die Netze gehen hier hoch. Also die Prozentzahl. Die brauchen auch keine Straßenanbindung, ne? Das finde ich ganz gut. Doch, ihr fühlt mir. Doch, ihr fühlt mir richtig gut. Ist der denn jetzt endlich mal gleich aus der Map raus? Ne, noch lange nicht. Einwohner. Boah, sind so halb zufrieden, ne? Ich sag mal so. Hauptsache der Hopfen löppt. Der Hopfen muss löppen hier. Dann geht das gut. Ihr habt doch hier, genau. Lahme Ente habe ich noch. Wo stehst du gerade? Am Heimathafen. Ja, das war Zinn. Da will ich nicht hin. Aber hier müsste noch eine Insel sein, auf jeden Fall. Das muss ich mir noch angucken, du. Wann ist mein Heimathafen? Hier fehlen die Rohstoffe. Wir fehlen die Rohstoffe. Oih, 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 oih. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Dann machen wir einfach noch ein bisschen Schweini-Schweini. Ei, 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 ei. So schnell geht das manchmal. Hm. Hä? Warum klappt das hier nicht? Ist auch Platz. Ach, Leute. Klär das. So. Klär das. Das heißt, du bist nicht voll ausgelastet. Kriegen wir hin. Da, 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 da. Wo ist denn hier noch... Hier ist so eine Talgmacherei, ne? Davon hätte ich gerne noch eine. Hm. Schiff vom Stapel gelaufen. Ja, super. Weiter so. Oh. Frigade. Frigade ist gut. Ich habe ein bisschen Angst, was passiert, wenn der Karneval vorbei ist. Aber hey. Kannste machen nix. So. An der Stelle machen wir eine kleine Pause. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Hm. Dann ist der Karneval vorbei. Und ich stürze wahrscheinlich in den Ruin. Nein. Kriegen wir hin. Keine Panik. Und dann... Joa. Kriegen wir das schon irgendwie hin. Keine Panik. Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.